Hallo, ich bin Mirko. Ich arbeite im Unisport als Sportlehrer. Vor allem habe ich den Ballsport unter mir. Ich zeige euch kurz eine Armkoordination. Wir machen mit dem rechten Arm ein Zweitakt. Und mit dem anderen Arm machen wir einen Dreipaktor und versuchen das jetzt zu kombinieren. Viel Spass beim Ausprobieren und vielleicht sehen wir uns mal im Universum Unisport. Tschüss!